Wir haben von Open Source geträumt, von Gratisdiensten, von einem freien Netz. Und jetzt? Heute machen wir einen großen Schritt. Einen Schritt in Richtung Zukunft. Sind Sie bereit für die Digitalisierungsoffensive? Die Silicon Boys bestimmen die Spielregeln für die ganze Welt. Für E-Government, Smart Cities. Sie haben ein Oligopol geschaffen, das von wenigen Tech-Konzernen und ihren Geldgebern bestimmt wird. Sichere KI. Es gibt keine demokratische Kontrolle über diese gewaltige Macht. Wir machen Ihr Leben leicht und bequem. Das ist digitale Gehirnwäsche. Generative KI vergrößert diese Probleme. Träumen Sie davon, mit einer einzigen Datenführerscheine. Wir bauen uns eigene Systeme. Serverkapazitäten. Holen wir uns.